Das Freedom Business Camp In diesem Video gebe ich dir mein ehrliches Review zu diesem völlig neuen Produkt oder Portal das jetzt gerade von Rudolf Grafe und Wolfgang Martin ins Leben gesetzt wurde und ich führe dich jetzt durch dieses Produkt oder diesen Mitgliederbereich und gebe dir mein ehrliches Review und ich kann jetzt schon sagen das ist eine Sache die seinesgleichen sucht also bleib jetzt dran. Ja grundsätzlich bevor ich dich jetzt hier durch diesen Mitgliederbereich durch dieses Produkt führe möchte ich ein paar Dinge zu Rudi Grafe sagen. Rudi Grafe den kenne ich jetzt seit ca 5 Jahren und das ist eine absolute Koryphäe und ein Profi wenn es um das Internet Marketing geht und der lebt seit Jahren in Südamerika also auch mal in Spanien er ist Globetrotter er liebt das Reisen und er verdient sein Geld ausschließlich über Internet Marketing er hat viele Kunden deren Projekte er betreut er ist ein Profi mit Affiliate Marketing er hat auch schon unzählige Vertriebspartner Network Marketing Unternehmen gesponsert also und er macht das alles übers Internet also das ist ein absoluter Profi er betreut meine Webseiten die ich habe wenn ich irgendwo ein technisches Problem habe dann ist der Rudi die Anlaufstelle Nummer eins wir haben regelmäßigen Kontakt über WhatsApp und auch über Skype also ein ich kann sagen ein digitaler guter Freund von mir geworden in den letzten Jahren persönlich haben wir uns leider noch nie getroffen aber es wird auch irgendwann noch passieren aber wenn es irgendwie um das Thema Internet Marketing geht um Tools wenn ich wo ein Wehwehchen habe wo ich nicht mehr weiterkomme dann ist der Rudi die Anlaufstelle Nummer eins und dieses Projekt das ich dir jetzt vorstelle das jetzt wirklich vor kurzem umgesetzt hat mit seinem Business Partner den Wolfgang Martin das plant er schon ich kann sagen seit einigen Jahren das hat er mir schon oft gesagt dass das mal von ihm ein Traum ist ein Produkt zu schaffen das erstens für jeden ausnahmslos leistbar ist und wo tatsächlich alles was man zum Thema Internet Marketing zum Thema Mindset zum Thema Geldanlage zur Ernährung und wenn es auch darum geht wenn jemand auswandern möchte der ist ja auch ein Profi wie man das mit den verschiedenen Behörden und so weiter regelt da kennt er sich eben aus und da wollte er etwas auf die Beine stellen wo man wirklich alles im Gesamtkonzept enthalten ist und jetzt vor einigen Tagen ich glaube jetzt vor drei Tagen hat er mich angeschrieben er hat das jetzt umgesetzt und ich soll mir das mal ansehen und ich bin ja wirklich jetzt aus den Staunen nicht mehr herausgekommen dann ist jetzt genau der Traum den er hatte den hat er jetzt hier verwirklicht und da entstand das Freedom Business Camp das er es so nennen wollte das wusste ich nicht aber es ist der absolute Hamm ich möchte dir jetzt mal gleich vorweg sagen alles was ich jetzt gerade erwähnt habe ist hier drinnen das wird immer erweitert er verspricht im Startvideo oder ich sage jetzt mal im Werbevideo das du dann sehen wirst ich habe das unter dem Video platziert mit einem Link er verspricht dir dass er hier alles was er weiß über die Zeit die hier beibringen wird er ist auch Facebook BBC Experte also der hat hier der generiert Leads um wenige Cent für die sämtlichen Bereiche für verschiedenste Kunden der wird dir das hier alles in diesem Mitgliederbereich beibringen gleich mal zum Preis vorweg ja das konnte ich auch gar nicht glauben man hat jetzt zur Zeit eine 7 Tage Testphase für einen Euro da ist schon alles was jetzt hier drinnen ist freigeschaltet danach kostet das und jetzt halte ich fest das konnte ich gar nicht glauben 9,95 Euro im Monat und dann bist du hier dabei absolut unglaublich vom Preis also hier denke ich mal gibt es für keinen eine Ausrede sich das nicht leisten zu können und da ist jetzt hier tatsächlich alles drin und ich möchte dir das jetzt mal kurz zeigen wie das aufgebaut ist du bist jetzt hier drinnen im Freedom Business Camp und da hast du die verschiedenen Bereiche du hast hier ein Einleitungsvideo vom Rudi wo er dir mal erklärt wie du am besten navigierst hier durch dann gibt es Grundlagen also Grundlagen das ist schon mal der Hammer zeigt er dir wie du dich am besten organisierst dass du wirklich mit den Arbeiten schnell vorankommst da zeigt er dir kostenlose Tools die du ja sag mal ganz einfach für dich anwenden kannst und wie du einfach organisiert arbeiten kannst unterschätze das nicht ich nutze das auf diese Art und Weise schon seit Jahren da kommt man einfach schnell weiter ganz wichtige Lektion dann ist auch ein Bereich der wird dann natürlich auch immer erweitert da ist jetzt nur ein Video drinnen bisher das ist Mindset wie man sich am besten programmiert auf Erfolg und so weiter äußerst wichtig beschäftige ich mich auch seit Jahren damit und ja dann kommt ein Bereich das ist wirklich unglaublich und da möchte ich jetzt mehr dazu sagen das ist so schnell wie möglich Geld verdienen ein 30 Tage Plan versprechen viele ich möchte jetzt etwas dazu sagen ich klicke jetzt mal drauf Entschuldigung da hat er nämlich bisher zwei Strategien drinnen hier sieht man den Rudi eine Strategie er ist ja auch ein absoluter Profi wenn es darum geht wie man Viral Mail am besten nutzt die sagen ja viele Tod aber wenn man es richtig macht ist das eine richtige Traffic Bombe die man noch dazu kostenlos nutzen kann aber jetzt kommt der Hammer die Facebook Strategie die er hier drinnen hat das ist ja das ist da möchte ich jetzt was dazu sagen kurz eine Geschichte diese Strategie die der Rudi hier vorstellt die kenne ich zwar schon seit ungefähr was sage ich jetzt das war 2012 oder 2013 sieben oder acht Jahre da gab es einen Amerikaner der heißt Chris Rekord wenn du dich fürs Internet Marketing interessierst wird er dir etwas sagen das ist in Amerika eine absolute Koryphäe und der war damals im Network Marketing und der hat zur damaligen Zeit genau diese Strategie angewandt du brauchst keine Facebook Fanpage du brauchst keine Zusatztools diese Strategie ist völlig kostenlos und der hat also man arbeitet rein über sein normales Facebook Profil und der hat mit dieser Strategie in seinen damaligen Network Marketing Unternehmen ist einer der erfolgreichsten Vertriebspartner geworden mit sechsstelligen Monatseinkommen geworden weil er eben auch seinem Vertriebspartner genau diese Strategie die der Rudi hier erklärt angewandt hat das Problem war damals diese Strategie wurde dann gesperrt und die war weg und ich dachte mir ewig schade drum das ist nicht mehr möglich aber jetzt sieht es so aus ob der Rudi der hat das jetzt glaube ich auch nicht selber gefunden aber er hat eben jemanden gefunden der diese Strategie auch heute noch erfolgreich anwendet mit den Dingen die man heute machen kann und das ist der Hammer das geht nämlich jetzt viel viel leichter als damals zu Chris Rekords Zeiten weil die Technik besser ist da hat Facebook absolut nichts dagegen und da kannst du dir ich sag mal falls du im Network Marketing bist ist das eine Goldgrube da kannst du unzählig Kontakte machen auf eine perfekte Art und Weise die niemanden stört die nicht aufdringlich ist und der Rudi hat diese Strategie wie dir hier zeigt mit einer Privat Coaching Gruppe längere Zeit angefangen mit absolut unglaublichen Ergebnissen also alleine diese Strategie die ich schon geglaubt habe dass die nicht mehr möglich ist die zeigte dir hier im Jahr 2020 wie man das anwenden kann und das war alleine schon der Hammer also so viel zu diesem Thema ich gehe jetzt wieder zurück zeig dir noch den Rest dann geht es eben richtig auswandern eigenes Kapitel das immer wieder erweitert wird mit allen Raffinessen die man dazu haben muss dann ist auch die Geldanlage ein Thema dann wird auch die Gesundheit ein Thema sein da bin ich sehr gespannt bin ich auch eher gesagt ein bisschen kritisch weil viele Wege führen nach Rom vor allem bei der Gesundheit gibt es verschiedenste Meinungen also da bin ich eher skeptisch aber das werde ich mir dann auch noch ansehen da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht reingeschaut und dann auch in solche Produktvergleiche immer wieder werden vorhanden sein zum Beispiel jetzt wie E-Mail Marketing Tools im Test welches da für dich das Beste geeignet ist also du siehst hier wird immer alles eingebaut was man so wissen muss und dann gibt es auch noch Produkttest da werden eben Produkte die jetzt zur Zeit am Markt sind im Internet Marketing auch von Rudi getestet und von seinem Partner und ich kann nur dazu sagen der Rudi ist ein sehr sehr kritischer Mensch also wenn etwas scheiße ist dann sagt er dir das ist scheiße und wenn der etwas nicht so nach seinen Vorstellungen und die sind sehr hochgestochen sage ich im Internet Marketing und Tool Bereich wenn er sagt da ist etwas nicht gut dann frage ich nicht mehr weiter dann ist es nicht gut und das wird ein sehr interessanter Bereich werden wenn solche Produkte eben hochgepriesen werden von gewissen Marketer die testet Rudi durch und wenn dann ein okay kommt dann kann man sage ich jetzt mal beruhigt kaufen und ansonsten lässt man es weg. So sieht der Bereich jetzt gerade aus also ist er auch erst ich glaube wenige Tage online das wird ständig erweitert kostet nur 9,95 nach der 7 Tage Test Version und das ist denke ich wirklich für jeden leistbar und ich weiß dass hier von den beiden das Herzblut reingesteckt wird und nach einiger Zeit wenn sich das immer mehr mit Content füllt das ist ein Portal wenn du irgendwie im Internet Marketing Network Marketing unterwegs bist dann kommst du da dran nicht vorbei das ist mein Review also kann nur sagen echt genial gemacht mit den Inhalten die jetzt schon drinnen sind vor allem mit dieser Facebook Strategie das konnte ich fast nicht glauben und kann dir nur empfehlen schau dir das an. Den Link zum Werbevideo zur Kaufseite findest du unter diesem Video wie gesagt 7 Tage zur Zeit 1 Euro kannst du dir schon alles ansehen und danach 9,95 im Monat. Das war mein ehrliches Review wenn dir das Video gefallen hat wie immer würde ich mich über ein Gefällt mir freuen hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für die weiteren Video Updates. Wir sehen uns im nächsten Video.